Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Ich möchte euch heute mal wieder einen Roland Wright vorstellen. Ihr wisst, wenn ihr den Kanal verfolgt, ich spiele diese Art von Spiele sehr gerne und freue mich sehr vor allem im letzten Jahr. Road for Great Old Ones zum Beispiel, ein kooperatives Roland Wright, dann haben wir Killer Crews, also verschiedene Titel, die dort immer mehr auf den Markt kommen. Mission Control konnte ich zuletzt spielen und hier habe ich einen Titel, der alt und neu zugleich ist, nämlich Clue Roland Heist Again. Das Spiel ist von einem deutschen Verlag, nämlich von Benjamin Schulz, von Board Game Raccoon, also mal wieder ein Waschbär. Die sind scheinbar gerade bei Brettspielen sehr populär, also in Essen ist mir das sehr aufgefallen. Und wir haben hier ein Spiel, nominiert 2020 zum Golden Geek Award und es solo-approved, nämlich ein kooperatives Spiel, welches man solo spielen kann und auch kooperativ und das mit sehr wenig unterschieden in den Regeln und in den Abläufen, wie das Ganze funktioniert. Der Benny hat mir dieses Spiel hier als Rätselexemplar zur Verfügung gestellt, sodass ich euch das vorstellen kann. Ich habe jetzt alle Fälle, die sich in dem Spiel verstecken, gespielt und möchte in diesem Video vor allem erstmal auf die Regeln eingehen. In einem anderen späteren Video gehe ich noch auf die Stärken und Schwächen ein, die ich in dem Titel sehe. Genau. So, ich denke, ich habe auf alles Wichtige hingewiesen, also ist ein Rätselexemplar, was aber bei dem Regelvideo sowieso total egal sein sollte. Denn ich zeige euch ganz nüchtern, wie sich das Ganze spielt, wie die Abläufe hier bei dem Spiel sind und ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Bis dahin. Ciao. Gut, gehen wir also rein in das Spielmaterial. Anmerkung an der Stelle, die Würfelschale ist natürlich nicht mit dabei. Die Würfelschuhen, Stifte sind nicht dabei, da also ihr braucht einen Kugelschreiber oder einen Bleistift, je nachdem, mit was ihr am liebsten arbeitet. Ansonsten seht ihr alles, was wir hier am Material haben. Wir haben insgesamt vier Charaktere zur Auswahl, mit denen wir spielen können. Wir können das Spiel, weil ich das noch nicht gesagt habe, Solo spielen oder zu zweit. Steht auch noch mal hier drauf. Dann haben wir das Regelbuch, wo gleichzeitig auch die Szenarien noch mal beschrieben sind und dann haben wir insgesamt fünf Szenarien, wobei besser gesagt das Tutorial, das ist dreimal mit dabei und dann die verschiedenen Missionen. Anmerkung an der Stelle, das gesamte Spielmaterial, sowohl die Charaktere als auch die Missionen, die ihr spielen könnt, findet ihr auch kostenlos noch mal zum Runterladen auf der Webseite. Das heißt, es sind gar nicht so viele hier mit dabei, reicht aber auch für massig Partien. Wenn ihr also noch mehr wollt, könnt ihr euch das kostenlos dort runterladen. Ja, also das noch mal als Hinweis. So, gucken wir kurz in das Regelheft rein, denn hier vorne werden die Regeln erklärt. Hier steht auch noch mal so ein bisschen Hintergrundinformationen zu der Gruppe von Gangstern, die wir spielen. Da können wir gleich zu Regeln, Regeln, Regeln und dann hier hinten werden die einzelnen Missionen noch mal erklärt, ja auch mit der Schwierigkeitsstufe. Und hier gibt es eine Hintergrundgeschichte, die steht hier oben und dann Sonderregeln. Also jedes Szenario kommt noch mal mit eigenen Regeln, die das Spiel ein bisschen verändern. Aber ihr seht, das ist immer ja so eine kleine Seite. Das ist also im Grunde genommen übersichtlich. Hier hinten habt ihr noch mal ein paar Symbole erklärt, plus noch mal die Spezialfähigkeiten der Charaktere und hier ein bisschen versteckt, wie gut ihr denn eigentlich wart. Denn darum geht es auch so ein bisschen, den Highscore hier von Level zu Level zu spielen. Worum geht es in dem Spiel? Wir sind eine Gruppe von Einbrechern und wollen ja in verschiedene Orte einbrechen. Und wir gucken uns jetzt das Tutorial an, welches logischerweise das einfachste ist. Und das ist das Kiosk. Ja, kann man sich dann vorstellen, dass das verhältnismäßig einfach ist. Und nehmen wir mal hier den Block da drunter, damit wir gleich vernünftig schreiben können. Die Box brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, Würfel legt ihr bereit, damit ihr sie gleich würfeln könnt. Und dann müsst ihr euch halt, wenn ihr Solo spielt, für einen Charakter entscheiden oder in der kooperativen Variante dann insgesamt für zwei Charaktere. Und ich zeige euch gleich mal, dass ein Matt, das ist auch der Charakter, den ich meistens gespielt habe. So ein ganz guter Allrounder. Es ist nicht ganz unwichtig, dass ihr guckt, denn nicht jede Kombination funktioniert mit jeder Mission, denn ihr braucht unterschiedliche Attribute beziehungsweise Symbole, die ihr freischalten könnt. Und das ist tatsächlich bei jedem Charakter ein bisschen anders. Gut, so sind wir dann also bereit. Dann kann das Spiel auch gleich losgehen. Wichtige Anmerkung noch, wenn ihr das Spiel zu zweit spielt, dann müsst ihr hier oben die etwas fett gedruckteren ersten fünf bei der Mission schon mal wegstreichen. Ihr habt also weniger Runden zur Verfügung. Wenn ihr Solo spielt, fangt ihr einfach hier ganz vorne an. Was müsst ihr noch wissen? Dort, wo das X ist, ist der aktuelle Punkt, wo ihr euch befindet. Alles sozusagen, was auch dahinter ist, könnt ihr sozusagen bearbeiten. Das heißt, wir sind hier und wir müssen erst mal durch die Ladentür, um in das Kiosk einsteigen zu können. Hier unten rechts habt ihr dann den Score, also den ihr dann eingeben könnt. Wie viele Beute habt ihr gefangen? Wie viele Spuren habt ihr hinterlassen? Und wurde der Alarm ausgelöst? Und welche Diebe habt ihr verwendet? Das ist sozusagen das Szenario, was wir spielen. Und das ist der Charakter, auf dem ihr die verschiedenen Symbole freischaltet. Auf der Seite hier sind die sogenannten Spuren. Wie ihr dazu kommt, erkläre ich euch gleich. Und hier, das ist die Flucht. Dieses Kästchen ist nur relevant, wenn ihr wirklich auch fliehen müsst. Wann ihr fliehen müsst, da kommen wir auch gleich zu. So, Spiel läuft relativ simpel ab. Es fängt immer damit an, dass ihr in einer Runde damit beginnt, zu würfeln. Dabei ist bei dem Spiel wichtig, ihr müsst immer alle Würfel verwenden. Wenn ihr mal einen Würfel nicht verwenden wollt oder sogar könnt, kann auch passieren, dann müsst ihr eine Spur hier durchstreichen. Müsstet ihr in unserem Szenario hier die fünfte Spur durchstreichen, dann habt ihr das Spiel verloren. Dann seid ihr automatisch im Kittchen und da habt ihr auch keine weiteren Optionen dazu. Die Würfel könnt ihr aber auch addieren. Das heißt, ich könnte jetzt eine 1, 5 und 2 einschreiben. Ich könnte auch eine 1 und eine 7 machen oder eine 6 und eine 2 oder auch eine 8 insgesamt einschreiben. Das steht mir frei. Aber wie gesagt, alle Würfel müssen irgendwie verwendet werden. Und alle Zahlen tragen wir auf unserem Charakterbogen ein. Und wenn ihr kooperativ spielt, dann schreibt jeder Charakter halt diese Zahlen in seinen Charakterbogen und schaltet damit verschiedene Symbole, Fähigkeiten etc. frei. Dazu also gucken wir erstmal zu unserem Charakter und wie der funktioniert. Denn es gibt immer wieder Bedingungen, die wir eintragen müssen. Fangen wir mal hier oben mit den drei Zeilen an. Denn dort werden die drei Grundsymbole freigeschaltet, nämlich die Faust, welche Kraft bedeutet. Die Hand ist geschickt. Da ist mein Charakter recht gut drin. Ihr seht, der schaltet davon ziemlich viele Symbole frei. Und die Glühbirne ist die Cleverness. Hier sehen wir zum Beispiel, die erste Zahl, die wir hier oben eintragen müssen bei Kraft, muss größer 1 sein. Also 2 oder halb mehr. Wohingegen die zweite Zahl, die danach eingetragen wird, größer sein muss als diese Zahl. Größer, kleiner, gleich, Symbole kennt ihr. Hier muss die Zahl gleich sein. Hier auch. Ihr müsst immer von links nach rechts eintragen. Dabei heißt es, diese beiden Kästchen gehören halt zusammen. Wenn wir das haben, die 4 hat nichts mehr oder die größer 4 hat nichts mehr damit zu tun. Wenn wir die Zahl eintragen, erhalten wir den Bonus, der unten drunter steht. Der Bonus kann halt sein, entweder so eine Faust, Hand oder Glühbirnensymbol, welche wir dann hier drüben einsetzen können. Oder es können auch Würfelzahlen sein. Hier hätten wir eine zusätzliche 2, die wir noch einsetzen können. Hier eine 5, dort eine 6. Hier bei dem Feld dürfen wir hier unten ein Kreuz machen. Bei einer der Kombinationen, die wir hier haben, wozu wir dann auch gleich kommen werden. Ja und dann gibt es noch, das hat der Charakter jetzt nicht, hier könnte eine beliebige Zahl nehmen. Und hier Plus oder Minus eine Zahl, je nachdem dem Faktor hier drüben steht, zum Beispiel genau Plus oder Minus 2. Der Aspekt der Flucht, den lassen wir erstmal. Da kommen wir gleich zu. Der ist zum Anfang des Spiels noch nicht relevant für euch. Gut. Ja, also hier haben wir sozusagen eine Zeile, die alle miteinander korrespondieren. Ja, also daher gut überlegen. Am besten sehr niedrig anfangen, denn die nächste Zahl muss ja immer größer sein und die hinten muss sogar dann gleich sein. Dabei hilft es natürlich, dass ihr die Würfel miteinander addieren könnt. Also so kriegt ihr erstmal diese Grundsymbole. Dann im nächsten Schritt haben wir unsere Werkzeuge. Und da hat jeder Charakter tatsächlich ein bisschen andere Werkzeuge. Ich zeige euch hier mal Trixie. Trixie, die auch schon ein bisschen ausgefüllt wurde von einer unserer Partien. Und da seht ihr das dann, dass sie das ein bisschen anders hat als Matt. Sie hat zwar auch hier, bei ihr ist es der Schneidbrenner, bei ihr ist hier Dietrich, aber auch andere Symbole werden hier freigeschaltet. Aber er hat hier diesen Baum, der nach rechts weg geht. Sie hat dafür diesen Baum, der von unten nach oben geht. Gucken wir uns die also einzeln mal an, wie die denn in Summe funktionieren. Hier ist es relativ simpel. Hier müsst ihr die jeweiligen Zahlen erfüllen und diese dann abkreuzen. Ja, also in unserem Fall könnten wir jetzt sagen, ich nehme alle drei Würfel zusammen und mache hier ein Kreuz bei der 8. Dann passiert doch erstmal noch nichts. Habe ich eine Spalte oder eine Zeile frei, schalte ich das Symbol, welches am Ende ist frei. Also habe ich eine 6, 5 und 8 über die Runden freigeschaltet. Dann habe ich so eine Hand, welche ich dann hier drüben auf unserem Szenario einsetzen kann. Also hier, ich denke recht selbst erklärt. Dann haben wir dieses System. Das geht von links nach rechts, wobei wichtig ist, es geht nur ein Weg. Das heißt, ihr könnt hier auf diesem Baum nur vier Symbole freischalten. Die 1 ist klar. Danach könnt ihr entscheiden, die 4 oder die 2 zu nehmen. So, ich zeige euch das am besten mal hier drüben mit dem Charakter. Hier habe ich mich entschieden, die 1 ist klar. Dann bin ich zur 4 gegangen. Wenn ich hier die 4 wähle, dann kann ich nicht mehr die 2 nehmen. Das heißt, beim nächsten Mal könnte ich nur noch auswählen aus der 9 und der 5. Hier habe ich mich für die 5 entschieden und dann hätte ich mich noch entscheiden können für 15, 6 oder 11. Aber die anderen Zahlen, die waren halt wie gesagt raus. Ich denke, das ist auch selbst erklärt. Und dann haben wir noch das Stethoskop. Da ist es so, ihr müsst erst eine Zahl eintragen. Hier in dem Fall müsste die Zahl kleiner 3 sein. Hier muss sie größer 3 sein. Da habe ich hier eine 5 eingetragen und dort eine 6. Erst wenn beides erfüllt ist, dann erhalte ich auch beide Symbole hier drüben. Also ein Schlösserknacken habe ich dann und ein Save-Symbol. Beim ersten Mal trage ich eine Zahl ein, wie zum Beispiel hier. Ich nehme die 5, trage die 5 ein und wenn ich das nächste Mal eine 5 dann hätte, könnte ich das durchstreichen. Ihr bestimmt erst selber die Zahl, basierend auf den Bedingungen, die ihr hiermit habt und dann nutzt ihr diese Fähigkeiten aus. Ja und dann haben wir noch die dritte Möglichkeit, nämlich hier diesen Baum von unten nach oben, der aber eigentlich auch selbst erklärend ist. Hier muss diese Zahl mit der addiert werden, welche Größe 1 sein muss und die Zahl, die hier oben steht, muss größer sein als die Summe der beiden. Es gibt auch den anderen Fall, wo die Zahl sogar gleich sein muss. Ja also hier muss das Ergebnis mit dem zusammenpassen, wobei der größer sein muss als 1 und hier dieser muss wieder größer sein. Und hier geht es von unten nach oben. Ihr schaltet diese Symbole frei. Ich denke, das ist auch total logisch. Ja und dann habt ihr unten noch die sogenannten Besonderheiten. Und da seht ihr, da könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel hier ein Kurzschluss-Symbol oder ein Elektronik-Symbol freischaltet, könnt ihr stattdessen einsetzen für zwei Glühbirnen. Ja oder hier für diese Geheimsachen. Also so kann jeder Charakter und die sind bei jedem Charakter anders. Ja seht ihr hier bei Matt ist das anders als bei Janett. Und dann ist jeder Charakter nochmal einzigartig, nämlich mit seinen Fähigkeiten. Er ist ein Kleinkrimineller und er kann eine dieser Fähigkeiten dann insgesamt einmal pro Zug nutzen. Nämlich zum einen für sich oder für einen anderen Spieler. Also hier ist ein kooperatives Element dabei. Davor macht ihr eigentlich alles auf eurem Tableau. Könnt ihr einen Würfel für plus 1 oder minus 1 manipulieren. Ja und was ihr auch machen könnt, ist ihr könnt einen Würfel ändern, der bis zu dem Zeitpunkt noch nicht verwendet wurde. Also auch euer Mitspieler, wenn der schon die 1 verwendet hat, dann könnt ihr den Würfel nicht mehr ändern. Also auch recht früh in der Runde das klären. Den könnt ihr hier verändern. Ja sie hat hier, sie ist eine gute Planerin. Wenn sie hier das mit abgekreuzt hat, dann funktioniert automatisch mehr oder minder die Flucht. Also auch eine ganz nette Sache. Der Kraftbrot, logischerweise kann Kraftbrot einsetzen, macht dabei aber Spuren. Also ihr seht, die haben alle einzigartige Fähigkeiten und die findet ihr hier unten rechts in dieser Spalte. Ja und das wird euch auch hier oben noch mal gezeigt. Also verwendet alle Würfel und maximal einmal diesen Halt benutzen, den wir hier unten abgebildet haben. Also diese Sternsymbole, so wird es glaube ich genannt. So, das also zu den Charakteren. Gucken wir uns also abschließend dazu noch unsere Missionstableau an. Da haben wir, wie gesagt, das Kreuz, was unser aktueller Standort ist. Das heißt, wir arbeiten aktuell nur an der Ladentür. Dort haben wir die Möglichkeit, entweder mit zwei Fäusten das Ding aufzuschlagen oder, das zeigt immer dieser Strich nach unten, oder ihr habt die Möglichkeit, das mit einem Schloss zu knacken. Habt ihr das erfüllt, macht ihr dann das nächste Kreuz hier und dann haben wir drei Sachen zur Verfügung. Wir haben die Möglichkeit, durch die Seitentür zu gehen. Auch hier wieder verschiedene Optionen. Wir können den Magnetschaukasten entweder mit einem Kurzschluss. Dabei ist es wichtig, wenn hier so ein Pfeil ist, erst das zu machen, dann das. Und dann erhalten wir halt hier die Beute. Das ist die Beute, die wir bekommen. Also eine Beute im Wert von drei, eine Beute im Wert von fünf. Ja, dann auch hier. Wir können den Wachhund mit Gewalt, mit Kraft besiegen, was aber auch eine Spur mit versorgt oder halt mit Cleverness ihn halt irgendwie austauschen. Das findet natürlich abstrakt statt. Also das Spiel sagt nur, ihr seid dann halt clever, indem ihr halt die Sachen freischaltet. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie beschrieben, was ihr dann mit dem Hund macht. Das passiert dann halt gewissermaßen im Kopf. Ja, und wenn ihr hier halt die Seitentür geöffnet habt, folgt ihr dem Strich, könnt ihr das Kreuz machen, dann ist der Wachhund dran. Habt ihr den Wachhund überwunden, macht ihr dieses Kreuz und dann könnt ihr auch damit interagieren. Also mit den Würfelnwürfeln, alle Würfel müssen verwendet werden, eingesetzt werden oder halt für jeden nicht verwendeten Würfel eines Charakters gibt es eine Spur. Danach streicht ihr eine Zeit ab und dann könnt ihr euch die Frage stellen, wollt ihr abhauen? Das könnt ihr zunächst freiwillig machen. Ja, und sagen, okay, wir sind fertig, passt. Wir wollen nicht noch mehr Risiko gehen oder ihr geht noch mehr Risiko. Denn wenn nämlich der Alarm ausgelöst wird, zumindest jetzt in dem Szenario, da kann es in dem anderen Szenario noch was anderes geben, dann kommt es zur Flucht. Dann bestimmt ihr einen eurer Charaktere als den Fahrer und die haben halt unterschiedliche Fähigkeiten. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Trixi nehmen, beide haben hier diesen Fahrwert oder den Fluchtwagenwert von fünf oder niedriger muss die Zahl sein. Ja, das heißt, von eins bis vier habt ihr hier sozusagen einen Erfolg und die Polizei rückt aber näher bei ihm, wenn der Würfelwurf größer zwei ist oder hier, wenn er größer drei ist. Das heißt, Trixi ist für uns die bessere Fluchtfahrerin. So, was heißt das? Dieser Charakter, für den ihr bestimmt, der am Ende die Flucht vollführt, der würfelt in unserem Fall eine fünf. Ja, das ist natürlich doof, was das bedeuten würde. Ja, wir sind zu hoch für unseren Fluchtwagen, aber wir sind größer drei. Das heißt, wir würden ein Kreuz hier unten bei der Sirene machen. Das heißt, die Polizei kommt uns näher. Dann wird weiter gewürfelt. Dann haben wir eine drei. Das wird in unserem Moment sehr gut sein, denn wir sind unter der fünf, aber nicht größer der drei. Das heißt, ein Kreuz beim Polizeiauto. Ja, und ganz simpel, ihr müsst beim Auto schneller sein als beim Knastsymbol. Falls das gleichzeitig passieren sollte, was ja zum Beispiel in unserem Fall mit einer vier möglich gewesen wäre, dann habt ihr Glück gehabt und seid gerade noch so entkommen. So, auf die Fluchtmechanik, die ist sehr einfach gehalten, aber die ist ja auch nicht der Schwerpunkt des Spiels. Es ist am Ende nochmal so ein kleiner Spannungsfaktor, ob ihr es denn wirklich schafft zu entkommen oder nicht, was natürlich mit starkem Glück verbunden ist. Beziehungsweise es gibt ja auch Charaktere, die uns schon eine sichere Flucht ermöglichen, wenn wir davor mit rein investieren. Nachdem ihr dann hoffentlich erfolgreich geflohen seid, rechnet ihr wie gesagt hier unten eure Punktzahl zusammen und könnt dann gucken, wie erfolgreich ihr wart. Ja, dazu guckt ihr dann hier hinten drauf. Das heißt, wenn wir jetzt hier das Beispiel nehmen, mal angenommen, wir haben wirklich alles hier rausgeholt. Dann haben wir hier zwei, drei, also fünf, neun, zehn, elf, vierzehn, was wir hier an maximaler Beute machen können. Wir würden für jede Spur, die wir erzeugt haben, einen Minuspunkt bekommen und dann noch, wenn der Alarm ausgelöst worden wäre, nochmal minus zwei. Das würden wir zusammenrechnen. Das heißt, in diesem Szenario können wir maximal auf echte Profis mit 14 Punkten kommen. Es ist aber auch nur das Tutorial. Bei anderen gibt es dann auch unterschiedliche Schwerpunkte, die ihr legen könnt. Es gibt unterschiedliche Wege, die ihr gehen könnt in verschiedenen Szenarien. Also wo es nicht nur den einen Einstieg gibt, sondern wo ihr euch bewusst entscheiden könnt, einen anderen Weg zu gehen. Ja, also sind sehr kreative Ideen mit dabei im Rahmen dieses Spiels als Roll&White. Ja, ich hoffe, dass ich euch das Spiel so vernünftig erklären konnte, dass ihr sagen könnt, okay, ist das was für euch? Oder dass ich euch helfen konnte, wenn ihr sagt, ach, ich will das heute Abend spielen und ihr könnt jetzt mit den Regeln arbeiten. Guckt euch immer hier hinten nochmal die Spezialfähigkeiten der verschiedenen Charaktere an. Hier oben werden auch nochmal die Kernsymbole erklärt. Alles andere ist eigentlich hier gut erläutert, beziehungsweise achtet auf die szenariospezifischen Regeln. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.